Ja, warte! Karin, Kevin, willkommen zu Einer geht noch. Edition Österreich. Schnickt mal kurz aus, wer anfängt. Österreicher in der deutschen ersten Fußball-Bundesliga. Österreicher in der Bundesliga. Kevin beginnt. Kevin Stöger. Vorname und Nachname, oder? Karim und ich Siebel. David Alaba. Das, sorry, war falsch. Ja, warte! Bruder, das ist einfach... Also nicht geschaut auf Transfermarkt. Nein, ist der Klicks oder was? Ist der Klicks? Ja, komm schon. Was sieht das für ein Auslasser? Ja, okay. Wir gehen mal in die deutsche Bundesliga. Kategorie heißt Stadien in der Bundesliga 2021-2022. Allianz Arena. Warte, wenn ich das jetzt falsch sage, dann... Mewa Arena. Drei. Zwei. Eins. Wurzl. 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 Vier. Drei. Zwei. Eins. Hättest du noch was gewusst? Alte Försterei. Das ist Union Berlin, oder? Das ist Union Berlin, dann... Wie heißt das? Stadion an der Alten Försterei. An der Alten Försterei, ja. Lassen wir das zählen? Nein, du hast ja schon verloren. Ach so. Das war der Ausgleich 1-1 in Punkten. Österreichische Städte mit über 50.000 Einwohnern. Du startest wieder, Kevin. Linz. Wien. Graz. Steiermark. Steier, die Stadt, wäre die zwölfgrößte Stadtgebiet. Also falsch. Das war das 2-1 für Kevin. Damit gewinnst du. Einer geht noch gegen Karim Onisibor. Aber du warst trotzdem auch sehr gut, muss ich schon sagen. Wollt ihr auch Spaß noch einen machen? Wir haben noch was. Ja gerne, weil wir sind eh zehn Sekunden fertig. Einer haben wir noch. Österreicher, die jemals bei Mainz 05 gespielt haben, haben. Haben und die auch noch spielen oder? Haben. Und aktuell spielen. Und aktuell spielen. Philipp Bene. Karim Onisibor. Andi Ivansic. Christian Fuchs. Kevin Stöger. David Nemeth. Mustafa Malo. Ja, das waren alle, oder? Spannend. Ich rieche den Countdown schon. Ich rieche den Countdown schon. Aber weißt du noch einen? Ich weiß noch einen. Also nicht. Gut, geben wir den noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Karim, wen hättest du noch gewusst? Julian Baumkopf. Tatsächlich. Stark. Das ist eh nur der Kapitän von Österreich. Das ist echt traurig, wirklich. Es tut mir auch leid, weil du wirst dir das bestimmt anschauen, das Format. Das ist echt traurig. Ich schneide dich gleich raus, schicke ich ihm. Keine Rolle. Ja, 2-2, oder? Das gab es noch nie wahrscheinlich. Unentschieden. Unentschieden gab es noch nie. Ihr habt beide gewonnen. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Stark. Stark.